Kalz, Miroslav Okonski, der polnische Ballzauberer, heute kaum zu bremsen, hier im Zusammenspiel zunächst mit Kastl, dann wieder Okonski, die Düsseldorfer Abwehrspieler für ihn, wie Slalomstangen und schon nach knapp neun Minuten der Ausgleich zum 1 zu 1, ein herrlicher Treffer des Polen Okonski. Das herrliche Solo von ihm schauen wir uns noch einmal in der Wiederholung an, der Pole einfach nicht zu stoppen, vor Bayern Krümpelmann an Blättl und Rudi Cargus ohne Chance. Die Hamburger Empfelde dominierend, aber die Fortuna suchte weiter bei aller Vorsicht auch selbst den Torerfolg.